Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Einführung schon mal. Ich freue mich auch total, heute hier zu sein. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wohne quasi nur 200 Meter von mir, also das Institut ist 200 Meter von hier, aber ich war noch nie in diesem Raum. Und ich finde ihn total super, also der ist echt sehr, sehr schön. Von daher ist es vielleicht allein der Ort schon wert, dass Sie gekommen sind heute Abend. Mal sehen, ob das für den Vortrag dann auch gilt, da können Sie sich Urteile nachher drüber bilden. Ich dachte zunächst einmal, erzähle ich vielleicht ein paar Worte zu mir, warum ich das mache, was ich mache und wie ich da hingekommen bin und dann kann es losgehen mit der eigentlichen Thematik. Also ich bin Chemiker und immer, wenn ich das Leuten erzähle, oder fast immer, ist die erste Reaktion darauf, das habe ich als erstes abgewählt in der Schule. Und bei mir war das genau andersrum. Ich habe immer schon in der Schule eine tiefe Faszination für Moleküle und für die Chemie gehabt, hatte einen ganz tollen Chemielehrer, der mich auch auf dem Weg da super begleitet hat, mit dem üblichen, was einem in dem Alter so fasziniert, also wir haben Sprengstoffe hergestellt und viele lustige Experimente gemacht und habe das dann mit dem Chemiestudium fortgesetzt nach der Schule. Auch daran hatte ich schon ziemlich viel Spaß, obwohl ich sagen muss, so richtig viel Spaß hat es mir eigentlich erst gemacht, als ich selbstständig forschen konnte. Mit der Diplomarbeit damals, heute sind das Bachelorarbeiten und Masterarbeiten, aber im Grundsatz hat sich da nichts geändert, man fertigt seine eigene erste wissenschaftliche Arbeit an und das fand ich schon damals unglaublich cool, einfach selbstständig Dinge zu erschaffen, denn das ist das, was Chemiker können, wir können Moleküle erschaffen. Das hört sich so selbstverständlich an, weil man denkt, ja, Moleküle sind eh da und so, aber das Ziel gerichtet zu tun, ist nicht so einfach und nur ganz wenige Naturwissenschaftler können das, Chemiker oder pharmazeutische Chemiker können das und das ist meines Erachtens etwas, was es unbedingt braucht, um insbesondere pharmazeutische Wissenschaft voranzutreiben, aber dazu nachher mehr. Ich bin dann, wie das üblich ist, in der Chemie bei einer Doktorarbeit gelandet, habe die in Oldenburg seinerzeit fertig gemacht und bin dann danach, wie das ebenfalls in der Chemie früher zumindest sehr üblich war, zu einem Forschungsaufenthalt in die USA gegangen, habe mich dort für ein Jahr lang aufgehalten, mit Proteinchemie damals beschäftigt, bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe dann hier meinen eigenen Arbeitskreis aufgebaut, damals übrigens in der Habilitation hier im Institut für organische Chemie in Hamburg, wo ich sechs Jahre lang tätig war und dann bin ich nochmal gewechselt, dreimal als Akademiker wechselt man immer häufig die Orte, das finde ich auch ganz gut so, und bin dann ein bisschen rausgedriftet aus der normalen Chemie und habe mich in Richtung pharmazeutische Chemie entwickelt und das ist auch das, was ich heute noch mache, pharmazeutische Chemie, das heißt also, ich beschäftige mich mit Synthese, Analytik und vor allen Dingen auch der Evaluation von pharmazeutischen Wirkstoffen und dazu gehören auch Antibiotika, obwohl ich über Antibiotika gar nicht so viel arbeite, da gibt es auch ein kleines Projekt bei uns, aber es ist gar nicht so viel, sondern eher materiallissenschaftlich im Bereich Infektionsforschung arbeite. Es gibt zudem noch ein zweites Standbein bei uns in der Arbeitsgruppe, das eine ist also die Materialforschung, darüber werde ich heute ein bisschen was erzählen und das andere, darüber erzähle ich heute gar nichts, ist Krebsforschung oder ein Spezialbereich der Krebsforschung, deswegen übrigens auch das Logo auf den Bildern da unten links, das HPCC, das ist das Hamburg Prostate Cancer Konsortium, da mache ich immer ganz gerne ein bisschen Werbung für, deswegen habe ich das hier mit drauf auf dem Bild. Wenn Sie das alles interessieren sollte, über das hinausgehend, was ich heute hier erzähle, dann finden Sie hier oben rechts auf den Folien den Barcode, den können Sie einlesen und dann kommen Sie auf unsere Homepage und dann können Sie sich da alles angucken. Von daher genug der Vorrede und ich beginne mal mit dem eigentlichen Thema. Der Titel hört sich ja schon so ein bisschen apokalyptisch an, die stille Pandemie, was passiert, wenn das Antibiotikum auf einmal nicht mehr hilft und er ist vielleicht auch durchaus im Kopf, in Ihren Köpfen, denn vor gar nicht langer Zeit ging das auch ziemlich explizit nochmal durch die Presse, ich habe hier nochmal zwei Schlagzeilen rausgesucht, die Tagesschau beispielsweise hat hier sich auf eine Studie bezogen, wo von Millionen Todesfällen bis 2050 die Rede war, seriöse Medien wie die Bild-Zeitung ebenfalls mit heftigen Schlagzeilen dazu, die Zahlen, die damit verbunden sind, was Todeszahlen anbelangt zum Beispiel, die sind heterogen und natürlich auch nicht klar vorhersagbar im Moment, aber diese beiden Medien beziehen sich schon auf einen realen Hintergrund, es gab in diesem Jahr eine groß angelegte Studie, das Ergebnis einer groß angelegten Studie im Fachmagazin Lancet und Sie sehen hier den Titel dieser etwas trocken klingenden Studie, aber die Aussagekraft war dramatisch, dass nämlich tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten da eine Welle auf uns zurollen wird, die sehr, sehr schwierig aufzuhalten sein wird und wir kennen diese Begrifflichkeiten rund um die Infektionsforschung jetzt gerade ganz frisch aus der Corona-Zeit, vielleicht wird das sogar noch ernsthafter und man sollte auf jeden Fall das Gefährdungspotenzial im Kopf haben, dass mit den zunehmenden Resistenzen gegenüber Antibiotika und genau um die geht es hier auch in diesem Titel und wird es auch im Vortrag gehen, die Gefahr für schwer therapierbare bakterielle Infektionskrankheiten auf jeden Fall steigt. Aber steigen wir ein. Vielleicht zunächst einmal, was ist eigentlich das Problem? Nun, das Problem sind eigentlich Infektionskrankheiten, die durch Bakterien hervorgerufen werden und zwar solche, die eigentlich ungewöhnlich sind, also sogenannte therapieassoziierte Infektionen. Das sind Infektionen, die man sich dann erwirbt, wenn man gerade sich in Therapie befindet, das heißt in aller Regel in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern. Und das kann man diesem Schaubild hier vom ECDC ganz schön entnehmen, ungefähr eine von 15 Therapie-Assoziierten, eine von 15 Patientinnen erleidet so eine therapieassoziierte Infektion, das ist also nichts, was wirklich selten ist, sondern es kommt im Gegenteil sogar relativ häufig vor, insbesondere, wie gesagt, in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen. Die Zahlen sind auch beträchtlich, wobei auch hier die Dunkelziffer relativ groß ist, insbesondere in Pflegeeinrichtungen ist das Monitoring solcher therapieassoziierter Infektionen schwieriger als im Krankenhaus logischerweise und deswegen gibt es wahrscheinlich auch eine erhebliche Dunkelziffer. Aber die Millionen, die hier genannt werden, sind wahrscheinlich eher der untere Bereich, in dem sich das nennt, und nicht der obere der Spanne, in der sich das bewegt. Wichtiger Punkt dabei sind eben die Antibiotika-resistenten Keime, von denen ich gerade schon mal ganz kurz sprach, also therapieassoziierte Infektionen könnten ja gar nicht so schlimm sein, wenn man sie denn mit anderen Therapien wieder in den Griff bekommen könnte, aber viele dieser Infektionen, gerade in Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern, sind eben nicht mehr so einfach therapierbar. Und da sprechen wir eben von dem Phänomen der Antibiotika-Resistenz, das heißt eben, dass man diese Infektionen nicht mehr so einfach mit Antibiotika bekämpfen kann. Und dafür möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, was eigentlich Antibiotika sind und mit welcher Art von Infektionskrankheiten wir es hier eigentlich zu tun haben. Wenn wir von bakteriellen Infektionskrankheiten sprechen, reden wir eben von Infektionen, die durch Bakterien, also Mikroorganismen hervorgerufen werden, hier ist mal so eine elektronenmikroskopische Aufnahme, hier oben links gezeigt, und hier erkennen Sie ein sehr häufiges Bakterium, das Helicobacter pylori, elektronenmikroskopisch zu erkennen, mit bosem Auge natürlich nicht, ein Mikroorganismus, wie gesagt, wenn wir uns die Größenskalen mal kurz klar machen, auf denen wir uns bewegen, dann ist so eine typische Bakterienzelle, hier sehen Sie die Skalierung, zwei Mikrometer drückt dieser Balken aus, also es ist nicht so im Bereich von Mikrometern in etwa. Hier ist die Skalierung, also wenn wir Menschen mal als Maß nehmen, bewegen wir uns im Bereich von wenigen Metern, teilen wir durch tausend, sind wir bei Millimeter, teilen wir noch mal durch tausend, sind wir bei Mikrometer, das ist also der Bereich, in dem sich Mikroorganismen bewegen, so ungefähr. Es gibt sehr unterschiedlich große, aber das ist so ungefähr. Das ist strikt zu unterscheiden von Infektionskrankheiten, die durch Viren hervorgerufen werden, Corona hatten wir gerade, ist eine typische virale Infektionskrankheit, Viren sind keine Bakterien, sondern völlig andere Krankheitserreger, die keine Fortpflanzung haben, zum Beispiel keinen Stoffwechsel, sind auf Wirtsorganismen zwangsläufig angewiesen, können sich also nicht selbst vervielfältigen. Auch die Größenskalierung ist in aller Regel eine andere, wenn Sie sich das hier mal angucken, auch das ist eine elektronenmikroskopische Aufnahme eines Virions, das ist ein Herpesvirus, der hier dargestellt ist, und hier sind die Größenverhältnisse so bei 100 bis 200 Nanometer in etwa, damit sind die Viren in einem Bereich, der so zwischen Organismen, Mikroorganismen und Molekülen zu finden ist in etwa. Ein Molekül bewegt sich in einer Größenskalierung von einem Nanometer oder womöglich noch drunter, manchmal auch ein bisschen drüber, aber so in dem Bereich, und so ein Virus ist so in der Mitte zwischen der Größenskalierung eines Moleküls und eines Mikroorganismus so in etwa. Es ist übrigens philosophisch ganz interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen, weil auch die Eigenschaften von Viren irgendwie so zwischen einem Lebewesen und einem Molekül ohne, wie wir sagen, ohne Leben ist. Das ist tatsächlich so ein Mittelding. Wir werden also hier von Bakterien heute sprechen, von Mikroorganismen, vielleicht allgemeiner, die Pilze lasse ich mal größtenteils raus heute und beziehe mich fast nur auf Bakterien. So, zunächst einmal bakterielle Infektionskrankheiten sind auch heute ein großes Problem, wenngleich wir natürlich eigentlich gewohnt sind, sie gar nicht mehr so ernst zu nehmen. Wir haben mittlerweile einen ganz guten Hygienestandard, wir haben recht gute pharmazeutische Wirkstoffe, die gegen viele bakterielle Infektionskrankheiten ganz gut helfen. Deswegen sind die bakteriellen Infektionen so ein klein bisschen aus unserem Fokus verschwunden, wie überhaupt Infektionskrankheiten ein bisschen aus unserem Fokus verschwunden sind, im Vergleich zu, sagen wir mal, alten Zeiten. Hier auf der rechten Seite sehen Sie den fatalen Pestausbruch in Marseille zu Beginn des 18. Jahrhunderts und das war natürlich in diesen Zeiten gar keine Ausnahme, sondern diese Auswirkungen von Infektionskrankheiten kannte man damals, waren omnipräsent und die Leute mussten auch nicht unbedingt an der Pest sterben, sondern da haben schon einfache Wundinfektionen gereicht, damit man an einer Sepsis stirbt. Also Infektionskrankheiten waren immer die Geißel der Menschheit und eines der größten Ziele pharmazeutischer Entwicklung, wenn man so möchte, diese Geißel irgendwie in den Griff zu bekommen. Wichtig zu differenzieren, wie gesagt, sind die unterschiedlichen Infektionskrankheiten. Ich beziehe mich hauptsächlich auf bakterielle Infektionskrankheiten heute, wie gesagt, die Pest zum Beispiel ist eine typische bakterielle Infektionskrankheit. Corona hatten wir eben schon, ist eine virale Infektionskrankheit, genau wie die Influenza, die Grippe hier, auch das ist eine virale Infektionskrankheit und da gibt es natürlich noch jede Menge mehr an Infektionskrankheiten, Malaria ist hier auch zum Beispiel mit aufgelistet, die wird durch einen Parasiten hervorgerufen. Und so gibt es die unterschiedlichsten und alle auf ihre Art und Weise natürlich ernstzunehmenden Infektionskrankheiten. Man muss sich immer klar machen, dass die Therapie von solchen Infektionskrankheiten, die durch Mikroorganismen, Viren, Parasiten hervorgerufen werden, noch gar nicht so alt ist. Also die ersten wirklichen Optionen, was pharmazeutische Wirkstoffe angeht, die sind so ungefähr 100 Jahre alt und auch das Wissen, um überhaupt die Verursachung solcher Infektionskrankheiten durch Mikroorganismen, Viren, also durch irgendetwas, was wir nicht sehen können, das ist noch gar nicht so alt, so ungefähr 150 Jahre, ein bisschen älter. Trotzdem sind wir in der Zeit, seitdem es diese pharmazeutischen Entwicklungen gegeben hat, ein ganzes Stück weiter gekommen und das hängt zu einem guten Teil mit der Entwicklung der Antibiotika zusammen, die durch viele Leute betrieben wurde, aber hier sind mal so die bekanntesten herausgegriffen, Flemming, Chain und Flory kennen Sie vielleicht, sind die Entdecker des Penicillins und auch diejenigen, die den Weg des Penicillins zum eigentlichen Wirkstoff ermöglicht haben. Die unteren Herren hier, Domagmitsch und Clara sind vielen gar nicht so bekannt, dabei haben die auch Antibiotika entwickelt, die sogenannten Sulfonamide, die sind damals aus der Farbstoff-Forschung hervorgegangen und auch die gibt es teilweise heute noch und die sind teilweise durchaus erfolgreich, das sollte man auch nicht vergessen und die waren zur gleichen Zeit tätig. Das ist alles zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelaufen, das waren so die ersten tatsächlich zielgerichteten Wirkstoffe gegen bakterielle Infektionskrankheiten und die waren extrem erfolgreich und zwar so erfolgreich, dass man schon kurze Zeit später eigentlich davon ausging, dass sich Infektionskrankheiten, zwar nicht nur bakterielle Infektionskrankheiten, sondern auch virale Infektionskrankheiten eigentlich erledigt haben, weil man glaubte, man hätte eigentlich schon alles, was man bräuchte, um diese Krankheiten in den Griff zu bekommen. Sie sehen hier ein berühmtes Zitat von Sir Frank McFarlane Burnett, der hat den Nobelpreis für Medizin bekommen 1960 und mit diesem Zitat drückt er ganz gut aus, was damals so oftmals gedacht wurde, wir haben eigentlich jetzt alles, was wir brauchen. Da kann man vielleicht noch Nuancen entwickeln, aber die Infektionskrankheiten werden eigentlich kein großes Problem für uns mehr sein. Die Antibiotika, die derzeit entwickelt wurden, sind später tatsächlich auch breit auf den Markt gekommen, Penicillin war eines der ersten, hier sehen Sie den Penicillinderivat, aber auch viele andere Antibiotika sind den Jahren danach gefolgt und heutzutage, Sie sehen es hier, Standardmedikamente, ich nehme an, fast jeder hier im Raum hat schon mal ein Antibiotikum genommen. Und die funktionieren auch wirklich toll, in aller Regel, also ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich wirklich schlimm krank im Bett liege, mir ein Antibiotikum einwerfe und nach wenigen Tagen ist man wie ausgetauscht wieder. Ich will damit nicht sagen, dass die keine Nebenwirkungen haben und so weiter, natürlich haben sie das auch, aber trotzdem finde ich es immer faszinierend, dass man mit so einem kleinen Molekül so viel bewirken kann, gegen ansonsten so ernsthafte Erkrankungen. Jetzt könnten wir also sagen, okay, wo ist das Problem? Ja, also 1940 bis 1960 war das Problem eigentlich erledigt, es gab jede Menge Antibiotika, das können Sie hier auf diesem Zeitstrahl ganz gut erkennen, Sie müssen gar nicht alle diese Begrifflichkeiten hier durchlesen, das ist gar nicht wichtig, jeder der Begriffe, der hier aufgelistet ist und jede blaue Linie hier zum Zeitstrahl steht für eine neu entwickelte Antibiotika-Klasse, eine ganze Klasse von Wirkstoffen, wie zum Beispiel dem Penicillin. Das sind viele unterschiedliche Arzneistoffe, die mittlerweile auf dem Markt sind, die alle zur Klasse der Penicillin gehören und Sie sehen, von 1920 bis 1970 hier fast sind jede Menge unterschiedlicher Antibiotika-Klassen entwickelt worden. Es gibt nicht zu jeder dieser Klassen so viele Derivate, also unterschiedliche Arzneimittel wie für Penicillin, aber das zeigt nur, da gibt es wirklich viele. Dazwischen oder dann in den folgenden Jahrzehnten gab es was man als das sogenannte Innovation Gap bezeichnet in der Infektionsforschung. Auf einmal sehen Sie hier so in den späten 65, ab 1965 in etwa, gab es so ein Aussetzen, da gab es keine Neuentwicklungen mehr oder jedenfalls nur sehr wenige Neuentwicklungen für Antibiotika-Klassen bis hin zum Jahr 2000 so in etwa, bis in die späten 90er Jahre. Interessante Überlegung dazu, warum das eigentlich so war, dass hier keine neuen Antibiotika mehr entwickelt wurden. Erster Grund, man dachte eigentlich, man hätte genug. Sie sehen das ja hier, ist eine ganze Menge da, Antibiotika-Derivate konnte man auch noch machen, also warum noch mehr entwickeln, das ist mal Punkt Nummer eins. Und zum Zweiten muss man verstehen, Antibiotika-Entwicklung ist in diesen Zeiten und auch heute noch eigentlich hauptsächlich eine Aufgabe der chemischen Industrie, der pharmazeutischen Industrie. Und die wollen natürlich Geld verdienen. Und Antibiotika sind eigentlich ein extrem unattraktives Betätigungsfeld für pharmazeutische Firmen. Denn da sprechen ganz viele Dinge dagegen, Antibiotika zu entwickeln und nicht lieber ein Medikament gegen Herzkrankheiten oder Bluthochdruck oder irgendwie sowas. Denn Antibiotika werden zunächst einmal nur beschränkt genommen, nur eine beschränkte Zeit. Typischerweise nehmen die sie für ein paar Tage, maximal zwei Wochen und dann sind sie geheilt. Und dann brauchen sie erstmal die nächsten zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre kein Antibiotikum mehr im Idealfall. Und das ist natürlich kein Geschäftsmodell. Also das ist nicht gut. Wenn Sie Bluthochdruck haben, das ist viel lukrativer. Dann nehmen Sie ein Medikament Ihr Leben lang. Cholesterinsenker. Müssen Sie ewig nehmen. Das ist viel attraktiver und deswegen waren die Antibiotika nie besonders geliebt in der pharmazeutischen Industrie. Man konnte einfach nicht besonders gut Geld damit verdienen. Und es kommt noch was Weiteres dazu. Man hatte zu dieser Zeit so langsam begriffen, auf Dauer könnte es ein Problem mit resistenten Keimen geben. Wir sollten also vielleicht nicht immer alle Antibiotika breit einsetzen und Antibiotika zurückhalten. Das ist für Sie als Unternehmer aber eine Katastrophe. Sie investieren eine Milliarde Euro in einen neuen Wirkstoff und am Ende wird Ihnen gesagt, ja, den darfst du aber nicht verkaufen. Den musst du schön in der Schublade liegen lassen und wenn wir ihn dann mal brauchen in 20 Jahren, dann kannst du ihn wieder rausholen. Das funktioniert nicht. Und deswegen haben viele Firmen gesagt, nee, da steigen wir aus, machen wir nicht mehr. Das sind so ein paar der Gründe, die dazu geführt haben, dass man über Jahrzehnte keine Antibiotika oder fast keine Antibiotika mehr entwickelt hat. Und erst in neuerer Zeit, als man wirklich begriffen hat, es gibt ein extremes Resistenzproblem, wir müssen wieder tätig werden in diesem Bereich, sind viele pharmazeutische Firmen wieder eingestiegen, auch mit staatlicher Hilfe wieder eingestiegen. Mittlerweile gibt es Programme, die explizit dazu aufgelegt wurden, um Antibiotika wieder zu entwickeln in der pharmazeutischen Industrie. Aber es funktioniert eigentlich nur, wenn wirklich die Gemeinschaft es mitfinanziert. Weil ein Unternehmen, für ein Unternehmen ist es eigentlich ziemlich uninteressant, so etwas zu tun. Trotzdem, wie gesagt, mittlerweile gibt es wieder Entwicklung in dem Bereich. Wie schlimm ist eigentlich dieses Resistenzproblem? Und da muss man immer sagen, das Resistenzproblem ist ein inhärentes Problem jeden Antibiotikums. Das heißt, es ist ganz egal, woher dieses Antibiotikum kommt und wie es wirkt, es wird eine Resistenz geben gegenüber diesem Antibiotikum. Das führt überhaupt gar keinen Weg dran vorbei. Das können Sie dieser Tabelle aus einem Artikel entnehmen von 2014, ist schon ein bisschen älter, aber an den Tatsachen hat sich nichts geändert. Hier sehen Sie so gängige Antibiotika. Sie sehen in der zweiten Spalte, in welchem Jahr die das erste Mal eingesetzt wurden klinisch und in der dritten Spalte sehen Sie, wann klinisch Resistenzen beobachtet wurden. Und wenn Sie die Zahlen vergleichen, in der zweiten und der dritten Zeile, dann stellen Sie fest, dass gegen jedes dieses Antibiotikum meistens binnen Jahresfrist eine Resistenz festgestellt wurde. Man kann nichts dagegen machen. Übrigens auch bei dem letzten Vertreter, der hier ganz unten gelistet ist, dem Beda-Kilin, gab es im Jahr drauf nach der Anwendung die erste Resistenz. Man kann nichts dagegen machen. Es ist ein bisschen wie der Wettlauf vom Hase und Igel, der vielleicht vielen bekannt ist und das macht die Entwicklung von Strategien dagegen wirklich schwer. Jetzt muss man sich fragen, woher kommt das eigentlich? und um das zu verstehen, sollte man ein klein bisschen verstehen, wie Antibiotika funktionieren. Das versuche ich Ihnen kurz und möglichst einfach zu erklären. Was Sie hier auf dem Slide sehen, das ist zunächst einmal eine schematische Darstellung einer Bakterienzelle. Komplett vereinfacht, nur das Wesentliche drin, nämlich das, was die Zelle zum Überleben und zum Teilen braucht. Und hier sehen Sie so ein bisschen DNA und RNA, also irgendwie braucht man Erbsubstanz und Vervielfältigung von Erbsubstanz logischerweise, wenn man Zellen teilen möchte. Man braucht auch so etwas, das ist hier in Gelb angedeutet, wie Zellwandsynthese. Logischerweise, Zellen müssen sich abkapseln gegenüber ihrer Umgebung, natürlich vollständig, aber zumindest partiell und dafür braucht es eine funktionierende Zellwandsynthese und es braucht Proteinsynthese. Das sind so drei ganz wichtige elementare Bausteine, die jede Bakterienzelle benötigt, um sich vorzupflanzen sozusagen, um sich zu teilen. Diese Prozesse, diese elementaren Prozesse für das Überleben elementaren Prozesse, die hier in Gelb unterlegt sind, in diesen Kästchen, das sind die Targets, die Ziele der Antibiotikatherapie. Gängige Antibiotika, wie zum Beispiel die Penicilline und auch viele andere, die hier in diesen blauen Kästchen gezeigt sind, hier oben rechts, greifen in die Zellwand-Biosynthese ein. Das heißt, die verhindern, dass das Bakterium eine planmäßige Zellwand aufbauen kann und dadurch sterben Bakterienzellen ab oder sie können sich zumindest nicht mehr weiter vermehren. Und genauso gibt es Wirkstoffe, die sich gegen die DNA-Replikation irgendwie richten, auf unterschiedlichste Art und Weise und es gibt Wirkstoffe, die sind hier unten dargestellt, die den Bereich der Protein-Biosynthese hemmen. Das ist aber alles, wenn Sie so wollen, ein atomarer Schlag gegen eine Zelle. Also ohne Proteinsynthese kann keine Zelle klarkommen, ohne Zellwandaufbau kann keine Zelle klarkommen, ohne DNA-Synthese geht es auch nicht. Und man muss sich wirklich fragen, wie kann es dann ein Bakterium schaffen, Resistenzen gegenüber solchen, gerade eben habe ich sie als Atomschläge bezeichnet, überhaupt zu entwickeln, wo das doch so elementare Prozesse angeht. Bakterien sind in dieser Hinsicht recht findig, obwohl das darf man eigentlich nicht sagen, also Intelligenz besitzen sie ja nicht, aber sie teilen sich so schnell, dass kleine Fehler sofort weitergegeben werden an die nächste Generation. Und diese kleinen Fehler, die bei uns auch ständig mal passieren, nur bei uns werden sie sehr langsam weitergegeben, die führen dazu, dass Organismen sich anpassen. Und die führen dazu, dass Resistenzen entwickelt werden. Und mit dem Bildchen versuche ich Ihnen, das so ein klein bisschen näher zu bringen, woraus solche Resistenzmechanismen von Bakterien bestehen können. Die können sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel können Bakterien dafür sorgen, dass die Zellwand, hier mit diesem grünen etwas hier beschrieben, verändert wird, so dass das Antibiotikum nicht mehr reinkommt in die Bakterienzelle und demzufolge auch nicht mehr wirken kann. Bakterien können auch dafür sorgen, und das ist hier rechts dargestellt, dass Antibiotika, die einmal reingekommen sind, sofort wieder rausgeschmissen werden. Über sogenannte E-Flux-Pumpen werden diese Medikamente sofort wieder aus der Zelle eliminiert. Bakterien können auch ihren Enzympol, ihre Proteine, so verändern, dass die Proteine das Antibiotikum abbauen. Das heißt, das Antibiotikum kommt in die Zelle, könnte eigentlich seine Arbeit verrichten, aber die Bakterienzelle sorgt dafür, dass das Antibiotikum sofort klein gemacht wird, unfunktional wird und damit auch unwirksam wird. Noch viele, viele andere Mechanismen, die hier zutrage treten können, und das Schlimmste ist, diese Informationen können Bakterien auch noch in Communities untereinander weitergeben. Das heißt, es muss noch nicht mal zu einer Zellteilung kommen, damit die Information an die nächste Generation weitergegeben wird, sondern Bakterien, wenn sie in Communities, in Gesellschaften zusammenlegen, in sogenannten Biofilmen zusammenlegen, sind in der Lage, das Erbgut weiterzugeben an benachbarte Zellen. Das nennt sich horizontaler Gentransfer. Und das ist natürlich besonders fatal, wenn sie also Mikroorganismen in Gesellschaften leben haben, dann sind die besonders anfällig dafür, Resistenzen zu entwickeln. Bottom line ist, es gibt wahnsinnig viele Resistenzmechanismen und Bakterien sind natürlicherweise befähigt, diese Resistenzen auszubilden. Man muss nicht annehmen, dass das nur passiert, weil wir Antibiotika einsetzen und womöglich synthetische Antibiotika einsetzen oder sowas, nein, das ist eine ganz intrinsische Fähigkeit jeder Bakterienzelle, das hat die Evolution über Jahrmillionen so angelegt bei den Bakterien, denn die müssen sich tagtäglich gegenüber anderen Bakterien, Pilzen und so weiter durchsetzen und diese anderen Bakterien und Pilze produzieren Antibiotika. Daher haben wir die meisten Antibiotika, nämlich aus anderen Bakterien beziehungsweise Pilzen. Das berühmteste Beispiel ist Penicillin, was ich am Anfang erwähnt habe, das kommt aus einem Schimmelpilz. Das ist also ein Naturstoff gewesen ursprünglich mal, mittlerweile natürlich strukturelle Derivate, aber ursprünglich war das mal ein reiner Naturstoff und es gilt für ganz viele Antibiotika. Das heißt, es ist eine intrinsische Fähigkeit von Bakterienzellen Resistenzen auszubilden, die sind einfach dran gewöhnt, kann man sagen. Biofilme, das sollte man ebenfalls behalten, nehmen eine Schlüsselposition ein, immer dann, wenn wir also Communities haben, wird es besonders gefährlich und in Biofilmen können besonders leicht Resistenzen ausgebildet werden. Was kann man jetzt tun und was sind die Gründe für das Resistenzproblem? Warum tritt das Resistenzproblem bevorzugt erst seit ein paar Jahrzehnten auf oder so drängend in unser Bewusstsein? Nun, seit ein paar Jahrzehnten wenden wir unglaublich viele Antibiotika an und zwar teilweise unsachgemäß, sowohl im Menschen als auch im Tier, Stichwort Massentierhaltung. Wir haben teilweise suboptimale Hygieneprotokolle in Kliniken, in Pflegeeinrichtungen, auch wenn in den letzten Jahren da ganz viel passiert ist in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, ist das immer noch ein Problem und wir haben auch einen unsachgemäßen Gebrauch von Bioziden zum Beispiel, also nicht nur Antibiotika, sondern auch Biozide werden teilweise unsachgemäß eingesetzt und auch die können zu Resistenzbildungen führen. Biozide wären so was, wären Wirkstoffe, die Bakterienzellen kompletto abtöten können, im einfachsten Fall Seife. Also wenn Sie Ihre Hände waschen mit Seife, dann werden die Bakterien komplett lüsiert von der Aktion der Seifenmoleküle und das wäre so ein typisches Biozid. Es gibt noch viele andere, aber das ist so der generelle Mechanismus dahinter. Der nächste Grund neben dem unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika und Bioziden ist, dass es eben zu wenige neue, elementar neue Wirkstoffe gibt, Antibiotika gibt. Hatte ich gerade eben schon beschrieben, dieses Innovation Gap hat uns da ein bisschen zurückgeworfen. Uns kommt natürlich auch noch dazu, dass sich Infektionskrankheiten und Bakterien in unserer modernen Gesellschaft sehr leicht verbreiten können. Wir müssen nur an die U-Bahn denken, wo wir tagtäglich alle den gleichen Knopf drücken, damit die Tür aufgeht. Da werden logischerweise Mikroorganismen verbreitet. Und davon gibt es, von solchen Verbreitungswegen gibt es eben sehr viele in unserem modernen Leben. Jetzt kann man die Frage stellen, werden wir jetzt alle sterben? Werden wir sowieso irgendwann? Aber vielleicht ist es doch nicht ganz so dramatisch, denn es gibt natürlich Optionen für das Management und auch für die Prävention von Resistenzentwicklungen. Und die sind eigentlich relativ einfach. Die wichtigsten Sachen sind wahrscheinlich, dass wir umsichtiger Antibiotika verwenden und Biozide verwenden. Und es gilt für Anwendung am Mensch und am Tier. Natürlich sollten wir auch versuchen, neue Antibiotika zu entwickeln, um alte Resistenzen überwinden zu können. Und man sollte, und das ist das Topic, über das ich gleich ein bisschen reden möchte, mit unserer Forschung, versuchen, die Verbreitungswege einzuschränken und verbesserte klinische Hygienekonzepte zu entwickeln. Und hier, wie gesagt, kommt das zum Tragen, was wir beisteuern. Wir beschäftigen uns mit antimikrobiellen Materialien, die die Biofilmbildung vermeiden können. Und das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Beitrag, weil die Verbreitung von Mikroorganismen, wie gesagt, in so vielen Bereichen einfach total einfach ist. Es gilt nicht nur für Kliniken, sondern auch für das tägliche Leben. Dafür zunächst einmal ganz kurz, was eigentlich Biofilme sind. Biofilme werden häufig als etwas Schlechtes assoziiert. Und so leite ich das ja jetzt hier auch schon ein. Wir versuchen, Biofilme zu verhindern. Man möchte das bei Weitem nicht überall, denn ganz viele Biofilme sind essentiell, auch für uns. Denken Sie nur an das Darmmikrobiom, was hier oben schematisch dargestellt ist. Extrem bedeutsam, auch das Rhizom, das Pflanzen, das Wachstum überhaupt erst ermöglicht. Es gibt ganz viele Biofilme, die total nützlich sind. Von daher sollte man sie nicht verteufeln. In vielen Bereichen, technischen Anwendungen, auch in der Lebensmittelproduktion, Wasserreinigung sind sie aber ein großes Problem. Und eben auch im klinischen Alltag sind sie ein großes Problem. Einerseits pharmazeutisch, bei der Verpackung zum Beispiel von Arzneimitteln oder auch Medizinprodukten, bei dem Einsatz der Medizinprodukte oder auch von Implantaten, Implantate kommen nun mal direkt mit unserem Blutstrom in Verbindung und sind deswegen auch ein Hort von Infektionen beziehungsweise der Übertragung von Mikroorganismen und natürlich auch ganz banale Dinge wie so Bettgestelle, Armaturen an Waschbecken und so weiter können sehr leicht dem Transfer von Mikroorganismen dienen. Das heißt, es lohnt sich vielleicht, mit genau diesen Materialien ein bisschen zu beschäftigen und sich zu überlegen, wie kann ich da die Verbreitung von Mikroorganismen verhindern. Und dafür zunächst einmal ganz kurz, wie bildet sich so ein Biofilm? Das ist ein bisschen ernüchternd, wenn man sich klar macht, dass eigentlich jede Oberfläche, ganz egal wie sie beschaffen ist, wenn man sie in ein biologisches Medium einbringt, auf der Stelle von Biomolekülen besiedelt wird. Das geht so. Biomoleküle bilden also sozusagen einen Rasen, auf dem sich dann anschließend Mikroorganismen anlagern können. Und diese Mikroorganismen haften auf der Oberfläche und fangen an, sich zu teilen, sich zu vermehren und so etwas auszubilden, was wir am Ende als einen bakteriellen Biofilm beschreiben. Die haften auf der Oberfläche, das sind dann meistens mehrere verschiedene Mikroorganismen, die sich dort anlagern, Pilze kommen dazu, irgendwann können auch größere Organismen dazukommen, kennt man besonders aus dem Farinenbereich, Algenfouling und so weiter gehört dann dazu. Und dann bildet sich ein vollfunktionaler Biofilm aus, der gegenüber der Umwelt abgeschirmt ist. Deswegen ist die Pathogenität dieser Biofilme auch höher, ihre Persistenz ist höher, man kann sie nicht mehr mit Antibiotika behandeln und die Resistenzbildung ist bevorzugt in diesen Biofilmen. Wenn man Biofilme verhindern möchte, was also durchaus sinnvoll wäre in vielen Bereichen, dann sollte man das also versuchen zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu tun. Wenn der Biofilm erstmal ausgebildet ist, wird es ziemlich schwer, ihn wieder loszuwerden. Am besten greift man also in diese ersten beiden Stufen hier ein. Und da kommen die antimikrobiellen Materialien ins Spiel, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Wie kann man solche Materialien entwickeln? Nun, es gibt im Grunde genommen zwei große Ansätze, die man unterscheiden kann, um Biofilmbildung oder vielmehr Materialien zu designen, die Biofilmbildung entgegenwirken können. Ein Ansatz ist hier oben rot unterliegt, ist ein antibakterieller Ansatz. Das heißt, das sind tatsächlich Materialien, die Mikroorganismen abtöten. Und hier unten in blau dargestellt, ist ein Anti-Fouling-Ansatz. Das sind Materialien, die Mikroorganismen nur abstoßen. Also die können sich da nicht drauf anlagern, aber sie werden nicht abgetötet. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Diesen aktiven Ansatz, diesen antibakteriellen Ansatz, den kennen viele von Ihnen wahrscheinlich. Dafür benutzt man zum Beispiel Metalle, Silber, Kupfer, Zink, die den Materialien zugesetzt werden. In Kleidung zum Beispiel wird das häufig gemacht. Auf Fasermaterialien im Allgemeinen, Wundauflagen gibt es schon mit Silber und, und, und. Das ist ein Release-Ansatz, ein Freisetzungsansatz. Das heißt, Sie immobilisieren etwas in Ihrem Material, was dann abgegeben wird in die Umgebung und die Mikroorganismen abtötet, in der Nähe dessen, was Sie da gerade als Material benutzen. Das hat ein großes Problem, weil das, was Sie als Biozid oder Antibiotikum benutzen, freigesetzt wird in die Umgebung. Vielleicht sind einigen von Ihnen, ist vielleicht der Begriff TBTO bekannt, Tributyl Zinnoxid, das ist diese harmlos aussehende Chemikalie hier, die aber eine ganz fatale Auswirkung auf aquatische Ökosysteme hatte und in Schiffslacken breit eingesetzt wurde, über Jahrzehnte hinweg breit eingesetzt wurde, und deswegen finden Sie zum Beispiel riesige Mengen an Zinorganylen im Hamburger Hafenschlamm. Mittlerweile ist das verboten, aber früher war das eben genau dazu da, damit sich kein Biofilm, keine Pocken, keine Muscheln auf den Schiffsrümpfen anlagern können. Mit der Konsequenz, das viel davon im Ökosystem landet. Es ist also vielleicht nicht ganz optimal, das so zu machen. Was man auch machen kann, und da wird es langsam schon interessanter, man kann Materialien entwickeln, die Bakterienzellen bei Kontakt abtöten. Diese Materialien besitzen etwas, was so aussieht wie ein nanoskopisches Nagelbrett, wenn Sie so wollen. Da sind lauter so kleine Pixer drauf und die sind geladen, und zwar positiv geladen. Und diese Pixer interagieren mit den Membranen der Bakterien, den Zellwänden der Bakterien, können die zerstören, lysieren und damit Bakterien bei Kontakt zerstören. Das ist schon viel interessanter, weil aus diesen Materialien nichts in die Umgebung freigesetzt wird. Es handelt sich um eine Kontakt-Biozide-Aktivität, funktioniert nur bei Kontakt, es wird nichts freigesetzt. Und dann gibt es noch andere Ansätze, die Anti-Fouling-Ansätze, die eben keine Bakterien umbringen, sondern nur abstoßen. Sie kennen vielleicht auch ein paar von diesen Dingen, den Lotus-Effekt zum Beispiel, den man auf manchen Materialien ausnutzt, selbstreinigende Oberflächen, kann man auch für Anti-Fouling-Oberflächen verwenden. Und dann gibt es einen anderen Ansatz, den wir zum Beispiel in der Gruppe verfolgen, da bringt man Moleküle auf die Oberfläche auf, die ganz viel Wasser binden. Die Oberfläche des Materials wird also mit einer festen Wasserschicht gecovert, wenn Sie so wollen, und kein Bakterium kann mehr ran. Es findet einfach keinen Ansatzpunkt, wenn man so möchte. Über diese beiden Ansätze, nämlich diesen Wasser-Ansatz, diesen Anti-Fouling-Ansatz und diesen Kontakt-Bioziden-Ansatz, möchte ich Ihnen jetzt in der Folge ein bisschen was erzählen. Und dazu ein klein bisschen Chemie. Also, das hört sich immer so leicht an, ich nehme irgendwie ein Material und bringe da irgendwas auf und dann wird es schon funktionieren. Schauen wir uns mal ein bisschen die Strukturen an, die dahinter stecken. Das Abstraktionslevel wird hier immer kleiner, das heißt, hier auf der linken Seite können Sie erkennen, hier ist irgendein Trägermaterial dargestellt in Grau, das könnte ein Kunststoff sein, Polyethylen zum Beispiel wird häufig eingesetzt und da drauf ist irgendwas immobilisiert, was viele positive Ladungen hat. Ein Polymer mit ganz vielen positiven Ladungen. Wenn man das auf eine Fläche überträgt, sieht das Ganze so aus und das wäre ein klassisches Kontakt-Biozides-Material. In Grau dargestellt das Trägermaterial, Titan, Polyethylen, was auch immer man nehmen möchte, auf der Oberfläche viele Kationen und das kann Bakterienzellen zerstören. In die chemische Strukturwelt übersetzt, bedeuten diese Plus, diese Kationen, Ammonium-Ionen, solche Gruppierungen, die hier rot unterlegt sind in diesem Kästchen, die bringen wir chemisch auf auf die Oberfläche und dann haben wir ein Kontakt-Biozid. Wenn wir Wasser auf der Oberfläche als Film immobilisieren wollen, wie eben angedeutet, für einen Anti-Fouling-Ansatz, also für diesen Abstoßungsansatz, müssen wir ein anderes Strukturfragment wählen, nämlich eines, was Kat-Ionen und An-Ionen, also positive und negative Ladungen, direkt in Nachbarschaft nebeneinander hat. Ausbalancierte Ladungen, solche Strukturen können sehr viel Wasser um sich herum akkumulieren und diese Schichten ausbilden, von denen ich gerade sprach, diese Wasserschichten, die hier in der Mitte blau unterlegt sind. Und die Funktionalitäten, die dazugehören, chemisch gesehen, sind hier in den blauen Kästchen dargestellt, typische Zwitter-Ionen, die wir hier auf die Oberfläche aufbringen. Die Konzepte haben beide ihre Vor- und Nachteile. Das erste Konzept mit den Kat-Ionen erzeugt ein Kontakt-Biozid. Nette Idee, kann Bakterien umbringen, funktioniert auch tatsächlich gut, aber vielleicht erkennt der eine oder andere sofort das Problem, was sich hier ergibt, Bakterien, wie fast alle Zellen, sind auf der Oberfläche negativ geladen. Deswegen werden sie auch von diesen positiv geladenen Spikes aufgespießt sozusagen. Und deswegen werden sie auch von der positiv geladenen Oberfläche angezogen. Und dann werden sie kaputt gemacht und die Reste sind ebenfalls negativ geladen und bleiben da liegen auf der Oberfläche. Irgendwann ist also alles mit Biomüll sozusagen voll und die Oberfläche kann nicht mehr ihren eigentlichen Effekt ausüben, kann nicht mehr Biozid wirken und deswegen ist dieser Ansatz wenig dauerhaft, wenn man die Oberfläche nicht wieder regeneriert. Auf der anderen Seite, dieser Zwitter-Ionische Ansatz mit dem Wasser, der ist zwar nett, weil dauerhaft, es bleibt ja nichts auf der Oberfläche liegen, die Bakterien werden abgestoßen, aber es wird auch kein einziges Bakterium in der Umgebung getötet. Ist also keine bakterizide Wirkung, die wir hier haben, keine antimikrobielle Wirkung. Und wir haben uns gedacht, das ist beides unschön eigentlich, versuchen wir doch mal beides zu kombinieren. Versuchen wir also beide Strukturelemente, und das ist die Arbeit des Chemikers, theoretisch zusammenzufügen, zu einem Molekül. Und dieses Molekül, das sehen Sie jetzt hier in der Mitte, dieses Molekül enthält, das habe ich hier mit dem Farbcode so ein bisschen näher gebracht, das rote Element, das ist das Kation, das Kontaktbiozide, und das Zwitter-Ion, blau unterlegt, auf der anderen Seite. Und es enthält auch, grau unterlegt, eine Einheit, die man zur Polymerisation nutzen kann, nämlich ein Styrol. Polystyrol kennen Sie wahrscheinlich alle, häufiger Kunststoff, den wir benutzen, zum Beispiel im Baustoffbereich. Ein ähnliches Derivat bauen wir jetzt auf, mit diesem Molekül hier, nur es ist kein normales Polystyrol, sondern es ist eins, was genau diese Ladung trägt, die ich Ihnen eben beschrieben habe. Dann polymerisieren wir das auf dem Material, und erhalten unser beladenes Material, mit hoffentlich der gewünschten biologischen Wirkung. Chemisch läuft das Ganze jetzt so ab, das Basismaterial, also zum Beispiel unser Kunststoff, nehmen wir mal an, unsere Polyethylenoberfläche, die wir brauchen, um ein Medizinprodukt herzustellen. Das wollen wir beschichten. Das heißt, wir müssen einen Kunststoff, der eigentlich ziemlich in Erd ist, kennen Sie alle Probleme, Mikroplastik, ja, Kunststoffe halten ewig, das heißt, wir können sie nicht so einfach funktionalisieren, nicht so einfach chemisch modifizieren, wir müssen es zunächst aktivieren. Das tun wir mithilfe von sogenannter Plasmatechnologie. Ein Hochenergieplasma lassen wir einmal über diesen Kunststoff laufen, dadurch erzeugen wir auf der Oberfläche dieses Kunststoffes bestimmte funktionelle Gruppen, die wir dann nutzen können, um gezielt Moleküle wachsen zu lassen von der Oberfläche. Das ist hier schematisch dargestellt. Am Ende landen wir damit zum Beispiel bei einem kationischen Polysterol auf der Oberfläche und das kann Bakterien umbringen. Hoffen wir. Werden wir gleich sehen. Und so kann man all diese Materialien, die ich Ihnen gerade eben beschrieben habe, Kationen, Zwitterionen, gemischte Kationen und Zwitterionen mit ganz ähnlichen Bausteinen, ganz einfach from scratch sozusagen synthetisieren. Und dass das wirklich schnell und einfach geht, das zeige ich Ihnen mal ganz kurz in einem kleinen Video. Das ist so eine Plasma-Funktionalisierung. Hier, das in hell auf diesem Metalltisch, das ist eine Polyethylenfolie. Die ist fixiert auf dem Metalltisch und gleich werden Sie aus dem Hintergrund das Plasma runterkommen sehen, was einmal über dieses Polyethylenstück rüberfährt und dann ist es auch schon getan. Zack, das war's. Das ist ein Prozess, der wirklich sehr schnell geht, wird nebenbei großindustriell eingesetzt, um Kunststofffolien zu modifizieren. Natürlich nicht mit dem, was wir danach machen, sondern einfach nur, um die Bedetzbarkeit durch Wasser zum Beispiel zu fördern und so weiter. Aber das ist wirklich ein einfacher Prozess. Damit können wir jetzt Kunststoffe herstellen, die die gewünschten chemischen Eigenschaften tragen. Jetzt sagen Sie, der kann es viel erzählen, denn ich hätte Ihnen so einen Kunststoffträger mitbringen können, habe ich aber nicht gemacht, denn Sie können da gar nichts drauf erkennen. Der sieht danach genauso aus wie vorher. Das Trägermaterial verändert sich nicht, denn die Schichten, die wir erzeugen, hier in diesem Bildchen, hier unten sehen Sie es, in gelb dargestellt, die sind noch nicht mal zwei Mikrometer dicht. Ein bis zwei Mikrometer so ungefähr in der Dicke ist, typischerweise so eine Schicht dick, die können Sie mit bloßem Auge nicht sehen, das heißt, Farbe, Oberflächenbeschaffenheit Ihres Materials bleiben genau die gleichen wie vorher. Wir brauchen wirklich molekulare Analyse-Tools, um zu demonstrieren, dass da tatsächlich das drauf ist, was drauf sein soll. Ist hier schematisch dargestellt, gehe ich nicht genauer darauf ein, diese Technik ergibt uns nur solche schönen Bildchen wie das hier und ich kann Ihnen versprechen, man kann sich darauf verlassen, es ist das drauf, was wir drauf bringen wollten. Das erkennt man übrigens auch an den physikalischen Eigenschaften dieser Materialien. Sie sehen hier ein dickes rotes Plus und ein gelbes Minus. Heißt einfach nur, die Messwerte, die hier aufgelistet sind, liegen entweder in einem positiven Polarisationsbereich, also lauter Kationen oder lauter Anionen auf der Oberfläche. Und das kann man tatsächlich ganz gut zeigen, schauen wir uns das nur mal für ein Beispiel an. In pink, diese Linie hier, die gibt die Werte für das kationische Material an, die liegen alle über Null. Da können Sie also, egal bei welchem pH-Wert Sie dieses etwas vermessen, dieses Material vermessen, sehen Sie immer eine positive Ladung auf der Oberfläche. Sagt uns auch, die gewünschten Polymere sind da und wahrscheinlich auch Kontaktbiozideaktivität. So haben wir die analysiert, chemisch analysiert und damit auch genug der Chemie sozusagen. Viel interessanter ist ja eigentlich, funktionieren die auch? Machen die genau das, was wir uns ausgedacht haben am Anfang? Und dazu brauchen wir mikrobiologische Tools. Man könnte natürlich ganz einfach hergehen, habe ich früher nebenbei auch gemacht, und die Dinger in irgendein Aquarium schmeißen und gucken, ob was drauf wächst. Mein Sohn hat sich immer beschwert, dass ich immer irgendwelche Dinge in sein Aquarium reingehalten habe und dann waren mal Fische gestorben und er hat behauptet, das lege daran, glaube ich nicht, aber ich habe es aufgehört und wir haben uns lieber auf andere Techniken verlassen, die auch besser reproduzierbar sind, nämlich auf mikrobiologische Techniken im Labor. Hier können wir die Träger überprüfen, gegenüber ihren Verhalten einzelner Mikroorganismen, also einzelner Stämme von Mikroorganismen und das lässt sich einfach besser quantifizieren, es ist reproduzierbarer, wir können genauer sagen, was tatsächlich passiert mit den Mikroorganismen und den Oberflächen. Ich zeige Ihnen drei verschiedene Beispiele dafür. Zum Ersten, antimikrobielle Wirkung. Was macht man da? Man nimmt ganz einfach diesen Träger, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, diese kleine PE-Folie, die wir beschichtet haben, schmeißt sie in eine Bakterienlösung definierter Konzentration, lässt sie für zwei Stunden da drinnen schwabbeln, bei Raumtemperatur oder 37 Grad, nimmt sie dann wieder raus und nimmt aus dieser Lösung, die dann überbleibt, aus dem ehemaligen Bakterium-Medium eine kleine Menge heraus und platiert das auf Aga, auf ein Wachstumsmedium. Und dann lässt man es 24 Stunden lang wachsen und guckt sich an, ob etwas gewachsen ist. Ist nicht gewachsen, haben wir es mit einem antimikrobiellen Material zu tun, wächst dagegen der Mikroorganismus wieder neu an, war es wohl nichts. Und das sehen Sie hier. Typischer Outcome eines solchen Experimentes. Hier auf der linken Seite, schwarz unterlegt, sehen Sie drei Petrischalen, in denen ein solches Nährmedium ist und auf denen keine Mikroorganismen wachsen. Rechts daneben Petrischalen, auf denen Mikroorganismen wachsen. Die kann man ganz einfach auseinanderhalten, weil sich die Durchdringung mit Licht ändert, wenn Bakterien wachsen und sie erkennen sofort hier rechts, da ist was, da ist ein Bakterienrasen, der sich gebildet hat. Links ist das nicht so. Diese linken Platten ergaben sich aus der Inkubation einer Lösung, die wir mit unseren Kontaktbioziden Oberflächen behandelt haben. Optisch sagen wir also, funktioniert alles toll. Man kann das auch quantifizieren. Je höher die Balken, desto besser funktioniert das. Und Sie sehen, ich habe Ihnen hier für zwei unterschiedliche Materialien das mitgebracht, gegenüber zwei unterschiedlichen Bakterien. S. aureus und E. coli. E. coli, haben Sie vielleicht schon mal gehört, klassisches Darmbakterium, ein Gramm negativer Keim, während S. aureus, ein typischer Krankenhauskeim ist, ein Gramm positiver Keim. Beide sind also relevant für uns. Und Sie sehen, gegenüber beiden Keimen sehen wir hier große Balken bei den Materialien, die wir getestet haben, in Rot und Grau, wohingegen die PE-Kontrolle, das ist einfach nur eine PE-Folie, keine Aktivität zeigt. Da wächst alles munter vor sich hin, da haben wir also keine Reduktion von Wachstum. Was hier aufgetragen ist, ist die Reduktion von Wachstum. Das heißt, große Balken bedeuten viel Reduktion, kein Bakterienwachstum. Und das funktioniert für diese beiden Materialien, für das kationische und das gemischt zwitterionisch-kationische Material, ganz, ganz hervorragend. Gucken wir uns jetzt das nächste Beispiel an, wie sieht es mit der Antifouling-Aktivität aus? Denn wir wollten ja eigentlich beides kombinieren, Antifouling und antibakteriell. Dafür braucht man einen anderen Test, denn wir wollen die Bakterien ja nicht sofort umbringen, sondern wir wollen nur sehen, ob sie an der Oberfläche heften bleiben. Man inkubiert also einen Träger, das ist hier schematisch dargestellt, unsere PE-Folie, wieder in einer Bakterienlösung für eine gewisse Zeit, nimmt diesen Träger dann raus aus der Bakterienlösung und macht einen sogenannten Abklatschtest. Man klatscht den Träger, man drückt ihn auf ein Nährmedium, nimmt ihn wieder weg und lässt die Bakterien wieder über Nacht wachsen und guckt, ob was wächst oder eben nicht. Wenn nichts wächst, war nichts drauf auf dem Träger, er war Antifouling-Aktiv, wächst was, war offensichtlich was drauf, er war nicht Antifouling-Aktiv. Und genau das sehen wir hier auch wieder in so einem Balkendiagramm dargestellt. Diesmal sind die kleinen Balken die guten Balken, also kleine Balken bedeuten wenig Bakterien auf der Oberfläche, Antifouling-Aktivität und hier können Sie sehen, mit dem Zwitterion funktioniert das super. Da bleiben keine Bakterien hängen, so gut wie keine hängen und deswegen können wir auch nichts damit transferieren in den Acker. Wie sieht es jetzt mit dem Gemischten aus? Das war die eigentliche Hypothese, wir vereinen Zwitterionische mit den Kationischen Gruppen und vereinen Antimikrobielle und Antifouling-Wirkungen und es passiert genau das, was wir uns gewünscht haben. Hier haben wir eine gute Antifouling-Wirkung gegenüber drei verschiedenen Bakterienstämmen hier in rot dargestellt, diese kleinen Balken, das sind die Balken für die Antifouling-Aktivität dieses gemischten Derivats. Ist Antifouling aktiv und Kontaktbiozid. Zu guter Letzt haben wir uns auch noch angeguckt, wie wachsen denn Biofilme eigentlich auf solchen Materialien. Das ist ganz interessant, dafür lassen Sie so einen Träger in einem komplexen Medium, wo mehrere Bakterien drin sind, einfach wachsen und dann gucken Sie sich nach einer gewissen Zeit, nach 24 Stunden in diesem Fall an, mit mikroskopischen Methoden, was auf diesem Träger sich denn angesiedelt hat. Und wenn Sie vorher noch eine Färbereaktion, ein sogenanntes Dead-Life-Staining machen, Tod-Leben-Staining machen, das kann lebende Bakterien grün anfärben, tote Bakterien rot anfärben, dann sehen Sie genau diese Farben unter dem Mikroskop. Und schauen Sie sich das an, das ist, was wir bekommen, wenn wir einfach nur eine PE-Folie, 24 Stunden in diese Lösung halten. Das gibt ganz gut das wieder, was ich ganz am Anfang erzählt habe, über Biofilme, jedes Material wird ratzfatz von Mikroorganismen besiedelt. Sie sehen, hier ist bereits nach 24 Stunden ein dicker Biofilm mit lebenden Mikroorganismen oben drauf. Deswegen die grüne Farbe hier. Nehmen wir ein Kontakt-Biozides-Material, sehen Sie viel weniger Bakterien auf der Oberfläche, Nummer eins, also viel weniger farbige Spots hier. Und Nummer zwei, Sie sehen vermehrt rote Spots, ich hoffe, das kommt einigermaßen raus auf den Bildern da, das sind tote Bakterien. Die werden also tatsächlich von dem Material bei Kontakt abgetötet, ein weiterer Beweis für die Wirksamkeit dieser Verbindung oder dieser Materialien. Und wenn wir jetzt auf die gemischt, kationisch-zwitterionischen Materialien gucken, das ist hier oben rechts dargestellt, dann sehen Sie eigentlich fast gar nichts mehr, außer diesem grünen Hintergrund, diesem dunkelgrünen Hintergrund, was keine Bakterien sind, sondern es ist die Autofluoreszenz des Polymers, was wir da hergestellt haben. Hier gibt es also weder grüne noch und wenn überhaupt dann so ein paar rote Spots und das macht auch total Sinn, denn wir hatten ja gesehen, dieses Material ist antifouling aktiv, also wir sollten eigentlich sowieso wenig finden auf der Oberfläche und wenn überhaupt, dann werden es tote Bakterien sein, denn das Material ist ja auch Kontaktbiozid, wie wir gesehen haben in dem vorherigen Essay und genau das können wir mit dem Test hier auch wiedergeben. So, und damit komme ich zum Ende und möchte Ihnen drei Hauptdinge mitgeben. Zum einen, chemische Modifikationen von Oberflächen sind sinnvoll und machbar und sie führen zu antibakteriellen Materialien, die ganz gewünschte Eigenschaften haben, manche haben sogar antibakterielle und antifouling Eigenschaften und lassen sich so ganz vielfältig im Nahrungsmittelsektor und auch im pharmazeutischen Sektor einsetzen. Zum Zweiten glaube ich, dass das ein wichtiges Tool ist gegen die Verbreitung resistenter Keime, Klinikalltag, bei Verpackungen und so weiter und so fort macht das bestimmt Sinn. Wir können gleich diskutieren, ob man das überall machen sollte, bestimmt nicht meiner Meinung nach, aber in beschränktem Umfang und bei bestimmten Anwendungen, insbesondere zum Beispiel in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen, wäre das wahrscheinlich eine gute Sache. Und zu guter Letzt, Forschung ist gleich Zukunft, insbesondere naturwissenschaftliche Forschung, glaube ich, kann ganz viel zu der Problemlösung von wichtigen Zukunftsproblemen beitragen, aber wir haben gegenwärtig extreme Nachwuchsprobleme. Deswegen habe ich dieses Bildchen hier reingepackt, wir wollen Ihre Kinder, Enkel, Verwandten, Sie selbst, wenn Sie jung genug sind, wahnsinnig gerne bei uns an der Uni haben, wenn Sie was mit Naturwissenschaft studieren wollen, insbesondere, nur dafür kann ich Werbung machen, ist toll auch andere Sachen zu studieren nebenbei, aber wirklich, es gibt ein großes Problem, wir haben zu wenig Studierende mittlerweile in ganz vielen Naturwissenschaften, das gilt auch für die Chemie, sogar für die Pharmazie mittlerweile und deswegen wirklich versuchen Sie mal, Leute zu begeistern und ich hoffe, ich konnte meinen Beitrag leisten, dass ich vielleicht auch ein paar begeistert habe heute, ja, da kann man faszinierende Sachen machen und wie gesagt, ganz viel zu wichtigen zukünftigen Problemen beitragen, ich will Sie natürlich nicht für die Army, sondern wenn, dann für die Chemie oder die Pharmazie oder sowas in der Art und wenn Sie Ideen dazu haben, wie wir da noch besser Outreach machen können oder wenn Sie eine Frage dazu haben, dann kommen Sie auch gerne direkt auf mich zu, wie gesagt, E-Mail-Adresse finden Sie auf unserer Homepage, der Barcode ist ja auch nochmal dargestellt. Damit schließe ich, nicht ohne mich zu bedanken bei den wichtigsten Leuten überhaupt, ich habe nämlich gar nichts gemacht eigentlich, sondern diejenigen, die hier gelb eingekreist sind, zwei von denen sind leider nicht drauf auf dem Bildchen, das ist im letzten Sommer bei einem Barbecue bei uns im Garten gemacht mit meiner Arbeitsgruppe, die fünf, die hier genannt sind, haben maßgeblich beigetragen zu den Studien, die ich Ihnen heute vorgestellt habe und die haben eigentlich die ganze Arbeit gemacht. Ich darf immer nur nette Geschichten darüber erzählen und ich werbe das Geld dafür ein. Und zum einen möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Kooperationspartnern, auch Forschung ist interdisziplinär, wir brauchen Kooperationspartner, die sind hier unten aufgelistet und wir brauchen auch Geld und da ganz herzlichen Dank erstmal an die Uni Hamburg, wir haben ein hervorragendes Forschungsumfeld hier, Sie haben es vorhin schon mal gehört, die Uni ist Exzellenzuniversität, damit sind ganz gute Mittel hier an der Uni, wir haben eine hohe Anzahl von Exzellenzclustern auch in der Forschung hier an der Uni, Infektionsforschung ist ein Schwerpunktthema der Uni, also hier hat man wirklich relativ gute Bedingungen zum Forschen, insbesondere in diesem Bereich. Und natürlich braucht es auch Geldgeber zum Beispiel aus der Industrie oder anderen Drittmittelquellen, die hier unten ebenfalls genannt sind. Und damit bin ich durch für den Moment.